Paula Modersson-Becker, Mädchenakt mit Blumenvasen, um 1907, Öl auf Leinwand, 89 x 109 cm, von der Heid Museum Wuppertal. So, liebe Maura, ich freue mich, dass wir uns wieder hören. Ich habe als Einstiegsfrage hoffentlich eine Frage, die dir leicht fällt, zu beantworten. Was sind denn deine Lieblingsblumen oder Lieblingspflanzen? Das ist gar nicht mal so schwer. Ja, im Normalfall habe ich zum Beispiel das Gänseblümchen sehr gern, aber es kommt halt auch sehr auf die Jahreszeit an. Im April habe ich gern die Tulpen. Die hat, glaube ich, jeder gern. Die sind ja auch für die Trankblume. Aber ja, ansonsten, je nach Jahreszeit. Aber Gänseblümchen-Tulpen. Weißt du auch, welche Bedeutung Gänseblümchen und Tulpen in der Kunstgeschichte haben? Natürlich nicht. Also die Tulpen sagen wir höchstens in der Kulturgeschichte was. Da muss man halt immer so an die Aktion denken, hier im 17. Jahrhundert, Amsterdam, die erste Finanzkrise so mit Tulpen und so. Aber Gänseblümchen finde ich einfach schön. Ich weiß aus unserer kurzen gemeinsamen Zeit an der Uni in einem Exkursionsseminar, dass du dich nämlich ein bisschen für Pflanzen sonst interessierst. Und da auch zumindest in der Kunstgeschichte bei Altären mehr Ahnung hattest als ich über die dargestellten Pflanzen. Und hier in dem Werk... Darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Es ging um christliche Kunst. Das ist was ganz anderes. Und christliche Bedeutungen von Blumen sind eh nochmal was ganz anderes als diese volkstümlichen oft. Okay, dann habe ich das wohl falsch angenommen. Hier in dem Werk in Mädchenakt mit Blumenvasen, da geht es, wie der Titel schon sagt, auch ein bisschen über Blumen und Pflanzen. Und ich dachte, jetzt hätte ich hier eine Expertin, aber Maura kennt sich wohl nur bei christlichen Blumen aus. Aber mal schauen, ob wir die Bedeutung von den Blumen im Werk auch auf unsere Interpretation übertragen können und ob sich da nicht doch ein paar Gemeinsamkeiten ergeben. Und damit herzlich willkommen. Wir freuen uns gemeinsam mit euch in eine neue Folge von Zwischenpigmenten zu starten. Ich bin Maura und Leonie. Wir sind beide Studentinnen der Kunstgeschichte und möchten mit Zwischenpigmenten die Tür der Kunst für wirklich jeder Mensch öffnen und weiter aufstoßen. Anhand von ausgewählten Beispielen werden wir zeigen, wie vielschichtig und aktuell Kunstgeschichte ist und welche Bezüge sie bis zur Gegenwart hat. Wir veröffentlichen eine Folge pro Monat immer am 10. Kalendertag. Einer von uns ist Experte, der andere weiß nur Titel und Künstler. Und damit los geht's. Das späte Werk von Paula Modersson-Becker vereint Kinderbild und Stillleben miteinander. Es ist hauptsächlich in dunklen Farben gehalten. Über einem niedrigen Hocker in der Mitte des Werks ist ein grünes Tuch ausgebreitet. Darauf sitzt ein junges Mädchen. Der grüne Hügel aus Tuch und Hocker befindet sich auf einem braunen Boden. Die Beine des Mädchens zeigen zum linken Bildrand. Der Oberkörper dreht sich leicht dem Betrachter entgegen. Das Mädchen ist nackt. Sie hat die linke Hand auf ihrem Schoß. Die rechte ruht angewinkelt auf dem Bauch und hält ein herzförmiges Pflanzenblatt. Der Kopf ist ebenfalls zum linken Bildrand geneigt. Das Kinn sinkt Richtung Brust. Das Mädchen scheint zu träumen. Ihre Augen, Mund und Nase sind als Einzelheiten hervorgehoben. Gleichzeitig ist das restliche Gesicht kaum modelliert, als scheint die Persönlichkeit des Kindes nicht wichtig zu sein. Die Körperhaltung wirkt entspannt. Die sich überschneidenden Füße zeigen eine gewisse Unbeholfenheit des sehr jungen Modells. Die Haare fallen über die Schultern den Rücken hinab. Auf dem Kopf trägt das Mädchen einen Haarkranz. Sie hat außerdem eine blau-weiße Kette um den Hals hängen, mit perlenförmigen Tropfen mittig auf der Brust. Aufgrund des hellen Hauttons ist der Mittelpunkt des Gemäldes auf dem Mädchen. Sie hebt sich deutlich vom dunkel gehaltenen Hintergrund ab. Gesicht und Unterarme sind dabei von der Sonne stark gebräunt. Bis auf die blau-weiße Halskette ist das Mädchen in erdigen, hellbraunen bis beigen Farbtönen gehalten. Auch der Haarkranz fügt sich farblich in die braune Palette ein. Das Mädchen wird rechts und links von mehreren großen Blumenvasen flankiert. Sie scheinen das Mädchen zu rahmen. Der Hocker des Modells bildet den höchsten Punkt des Untergrunds. Beidseitig ist der Boden aufgrund des aufgespannten Tuchs abfallend. Links des Mädchens ist ein rotfarbener Fingerhut in einer hellgrauen Vase. Die Pflanze ist ungefähr so hoch wie der Oberkörper des Mädchens. Davor liegt eine einsame rote Blüte neben ihren Füßen. Direkt neben dem Mädchen auf der rechten Seite steht eine blaue Vase mit gelben Blüten. Die blaue Blüte rechts am Bildrand ist vermutlich eine Glocken- oder Ritterblume, schemenhaft in einer dunklen Vase stehend, die man nur noch schattenartig erkennen kann. Davor steht eine Vase mit roten Blumen, sie stechen farblich hervor. Links davon, also rechts der Füße des Mädchens, steht eine hellblaue Schüssel, vermutlich mit Wasser gefüllt. Obwohl das Geschehen deutlich in einem Interieur stattfindet, scheint die Künstlerin Modersson-Becker in dem Werk das Verhältnis von Kind und Natur anzusprechen. Neben den Blumen sticht der rote Vorhang am linken Bildrand hervor. Er wirkt schwer und wird von der Seite aus beleuchtet. Der Vorhang erinnert an eine Bühne oder eine Atelierdarstellung. Es suggeriert auch Bewegung, obwohl das restliche Bild starr zu sein scheint. Der rote Farbton des Vorhangs wird von den Blumen am unteren Bildrand aufgegriffen. Der Hintergrund selbst ist in blau-grüner Farbe gehalten. Der Malstil ist grob. Die Farbflächen im Bild sind breit gewählt. Die Objekte werden alle durch schwarze Umrisslinien definiert. Sogar die einzelnen Haarsträhnen des Mädchens sind als dicke Haarsträhnen dargestellt. Das Bild suggeriert keine gemalte Tiefe. Die Tiefe wird lediglich durch die Objektkonstellation und ihre Verhältnisse geschaffen. Allgemein ist der Raum sehr begrenzt. Der grün-blaue Hintergrund grenzt an der Rückseite vermutlich direkt an das Tuch an. Das Mädchen lehnt sich vielleicht mit der rechten Schulter an den Hintergrund. Die Lichtquelle kommt von links. Das zeigen die Schatten der Blumenvasen. Dennoch ist die rechte Körperhälfte des Mädchens mehr beschienen, als sei auf sie ein Spot aus der rechten Bildhälfte gerichtet. Die Farbverteilung ist auffällig kontrastreich. Zwar scheint das Bild dunkel zu wirken, doch stechen einzelne Farbflecken ins Auge. Der rote Vorhang links leuchtet mit der Pflanze in der rechten Bildecke um die Wette, während der Hintergrund von Blau dominiert wird und die Farbe Blau mit den Blüten rechts aufgegriffen wird. Eine kleine gelbe Blüte vor den roten Blumen, die gelben Blumen neben dem Mädchen in der Vase und das Mädchen selbst schaffen eine Verbindung der beigenen gelben Farbe. Kompositorisch ist das Mädchen der Mittelpunkt des Gemäldes und sitzt, verbunden mit der gelben Blüte rechts, in einer Dreiecksform im Zentrum des Werks. Das Mädchen steht wahrscheinlich an der Grenze zur Pubertät. Die unbeholfene Fußposition zeigt, wie genau Paula Moders und Becker Personen beobachtete und treffsicher darstellte. Die parallelen Pinselstriche, mit denen der Körper modelliert wurde, lassen den Einfluss Paul Cézans erkennen. Seine Bilder entdeckte und bewunderte Moders und Becker in Pariser Galerien. Das plangestaltete Gesicht und die umrandeten Augen erinnern wiederum an einen Flächenstil von Paul Gauguin. Das wenig modellierte Gesicht erinnert an exotische Völker. Haarketten bedeuteten der Künstlerin die Naturverbundenheit und Schönheit. Im Werk lässt Paula Moders und Becker den Körper selbst sprechen und lässt dabei unnötige Details weg. Sie setzt das Bildgefüge aus großen, rauen Flächen zusammen. Die Farben sind intensiv. Das Kind und die Blumen leuchten vor dem Hintergrund auf. Trotz der starren Situation und der flächigen Malweise scheint das Bild nicht stillzustehen. Der Vorhang gibt Bewegungsimpulse und das Mädchen sieht aus, als würde es seine Hand mit der Pflanze gleich weiter bewegen. Das Werk gehört zu Moders und Beckers Spätwerken. Sie hatte bei diesen den Anspruch, das Rauschende, Volle, Erregende darzustellen. Was denkst du, Maura, konnte sie das in diesem Werk verwirklichen? Lebendig, ja, sehe ich auf jeden Fall bei ihrem Werk, weil sie, wie du auch schon sagtest, sie die Person sehr genau beobachtet hat. Aber trotzdem sehen die Werke nicht lebendig aus, finde ich. Und das hat mich auch immer ein bisschen gestört, Glaube, an ihren Werken, dass sie irgendwie sehr passiv aussehen. Also die Menschen, man kann sich die Menschen vorstellen unter ihren Porträts, aber trotzdem sind sie immer so in einer, so gefasst. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass es ein bisschen damit zu tun hat, was sie überhaupt ausdrücken wollte. Sie war ja darauf aus, den Menschen so darzustellen, wie er ist. Und andere Werke, auch um die gleiche Zeit, oder auch andere Kinderbilder, sind viel idyllischer und verspielter. Und das hat sie eben versucht, nicht darzustellen, sondern sich auf die Einfachheit des Menschen und der Natur zu konzentrieren und dort wieder zurückzufinden. Ja, das hat sie ja in Wobbswede, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist sie dem sehr nahe gekommen, würde ich sagen, also der Bevölkerung dort und hat ja dort die Menschen porträtiert. Also gerade so die arbeitende Bevölkerung. Dieses Bild entstand nicht in Wobbswede, sondern bei ihrem dritten Paris-Aufenthalt. Jetzt finde ich es umso interessanter, dass es in Paris entstanden ist, ehrlich gesagt. Dann frage ich mich schon, wen sie da gemalt hat, weil das Kind ist gerade durch diese Hautfarbe, du hast ja die verschiedenen Bräunungen des Körpers genannt auch, also dass gerade so die Unterarme sehr braun sind und die Beine. Und das sind ja meistens so die Bereiche, die hervorschauen so bei Arbeit, die draußen stattfindet. Das Mädchen ist wahrscheinlich eine junge Italienerin namens Dolores Cataldi. Cataldi war ein Modell, das Modersohn-Becker am Künstlermarkt beziehungsweise Modellmarkt in Montparnasse gefunden hat und häufig für ihre Werke verpflichtete. Okay, aber wenn man professionell für Kinderbildermodell steht, braucht man auch das Geld als Kind, würde ich mal so behaupten. Und ich würde mal auch stark davon ausgehen, dass sie sich davon kein Leben leisten konnte als Kind, beziehungsweise die Eltern auch das Geld brauchten. und es tut mir leid, aber die Hautverfärbungen beziehungsweise die sonnengegärbte Haut zeigt schon sehr, dass sie noch andere Arbeit nebenbei tätigte, würde ich mal so behaupten. Oder sie hat extrem viel draußen auf der Straße gespielt und hat ein wundervolles Leben, aber um diese Zeit kann ich mir das so schwer vorstellen. Weißt du denn, welche Pflanze das Mädchen in der Hand hält? Es ist ein Pflanzenblatt, herzförmig. Ja, ich dachte zuerst, das wäre eine Blüte von dem Fingerhut, ehrlich gesagt. Das ist scheinbar ein Efeublatt. Weißt du, was das bedeutet? Okay, ja, es ist herzförmig. Das kann alles Mögliche sein, okay. Aber meinetwegen soll es ein Efeublatt sein. Nein, ein Efeu ist doch giftig auch. Also genauso wie sämtliche Pflanzen dort auf dem Bild. Das ist auch ein sehr guter Aspekt, den wir im Hinterkopf behalten können. Das Efeublatt aber an sich steht laut der Literatur als immergrüne Pflanze auf Treue und die Verbindung von Gegensätzen. Okay, was hast du da rausgenommen dann? Also wegen der Gegensätze? Bist du da auf ihren Mann gestoßen? Vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, auf die Biografie zu sprechen zu kommen und dann das Werk eben dort chronologisch einzuordnen. Da können wir sicherlich dann noch mehr rausziehen. Dann lass uns das tun. Solange sie lebte, nahm Mensch ihre Kunst nicht ernst. Sie galt als Frau, die mit dem großen Maler Otto Modersohn verheiratet war und selbst ein bisschen malte, mehr nicht. Ihr Leben war eine Geschichte der Emanzipation, eine Frau auf dem Weg zu sich selbst, zu der eigenen Identität. Sie war eine Künstlerin, die sich über Konventionen und Vorurteile hinwegsetzte und ihren eigenen unverwechselbaren Stil fand. Paula Becker wurde im Februar 1876 in Dresden geboren. Sie wuchs zuerst dort, dann in Bremen auf. Sie war das dritte von insgesamt sieben Kindern. Nach der Schule wollte sie Malerin werden. Dies war aber nach damaligen Begriffen kein Beruf für eine höhere Tochter. Auf Bitten ihrer Eltern machte sie eine Ausbildung als Lehrerin. Nebenbei nahm sie privaten Malunterricht. Sie blieb ihrem Wunsch aber stets treu. Nach dem Examen entschied sie sich für eine künstlerische Ausbildung in Berlin. Da Frauen im Deutschen Kaiserreich aufgrund ihres Geschlechts kein Studium an der Königlichen Akademie der Künste wahrnehmen konnten, standen ihr nur Damenmalschulen, Privatunterricht sowie Kunstvereine für Frauen als Ausbildung zur Verfügung. Ihre ersten Werke entstanden alle in kräftigen Grün-, Blauen- und Erdtönen. Es waren hauptsächlich naturalistische Moor- und Birkenlandschaften. Doch sie war unzufrieden. Auf der Suche nach einem eigenen Malstil, eigenen Farben und neuen Bildformen reiste sie im Januar 1900 zum ersten Mal für fünf Monate nach Paris. Paris war damals das Mekka der zeitgenössischen Avantgarde. Es war für sie nicht nur ein Ort der Inspiration, sondern auch ein Ort, wo es bereits akademische Mahlklassen für Frauen gab. In der französischen Hauptstadt studierte sie andere Kunstwerke, wie die der französischen Impressionisten oder der alten Meister. Zusätzlich interessierte sie sich sehr für ägyptische Kunst. In Paris traf sie auf Otto Modersson, den sie bereits zuvor aus Wobbswede kannte, wieder. Die Künstlersiedlung Wobbswede nordöstlich von Bremen zeigte ihren Protest an der Kunst durch Rückzug. Die Kolonie entstand Ende des 19. Jahrhunderts im Teufelsmoor. Mitten im Lärm der Neuen Welt suchten die KünstlerInnen eine Insel der Stille. Sie formten eine malerische Gegenbewegung des hochindustrialisierten, hektisch-brutalen Großstadtmilieus. Neben der Stadtflucht führten die KünstlerInnen auch das Interesse für Licht, ländliche Motive und markante Landschaften nach Wobbswede. Hier lebten sie in ländlicher Idylle ein einfaches, naturnahes Leben. In der Künstlersiedlung wirkte eben auch Otto Modersson, Paulas Mann. Um 1898, also zwei Jahre vor ihrem ersten Paris-Aufenthalt, war Paula Becker das erste Mal für längere Zeit in Wobbswede und wurde von dem hiesigen Künstler Fritz Mackensen unterrichtet. Nach ihrem Paris-Aufenthalt kam sie zurück nach Wobbswede. Dort heiratete sie den inzwischen verwitweten Otto Modersson, der die dreijährige Tochter Elspeth mit in die Ehe brachte. Neben ihrer Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter stand für sie die eigene künstlerische Karriere im Vordergrund, die sie konsequent verfolgte. Immer wieder setzte sie sich kritisch mit ihrer Malerei auseinander. Wobbswede wurde ihr mit der Zeit zu eng. Im Februar 1903 und wiederum zwei Jahre später reiste Paula erneut nach Paris. Es zogen sie nicht die Impressionisten in die Stadt, sondern Newcomer wie Pablo Picasso, Paul Cezanne oder Paul Gauguin. Die Künstler beeinflussten sie. Ihre Farben wurden intensiver, ihr Malstil reduzierter. Figuren und Gegenstände komponierte sie mit flächigen und kräftigen Pinselduktus. Häufig wählte sie Komplementärfarben und harte Konturen, die sie mit schwarzen oder dunklen Umrisslinien absetzte. Bei den Wobbswede-Maler-Kollegen sowie bei Händlern und Sammlern stießen ihre Malereien auf Unverständnis. Ihr Mann Otto erkannte hingegen die künstlerischen Qualitäten seiner Frau und unterstützte sie Zeit ihres Lebens. Dennoch, im Februar 1906 trennte sie sich von ihrem Mann. Sie zog erneut nach Paris. Hier besuchte sie Otto und bat sie, es sich noch einmal zu überlegen. Nach einem Jahr verwarf sie den Gedanken einer Trennung und kehrte nach Wobbswede zurück. Dort brachte sie 1907 ihre Tochter Mathilde auf die Welt. Mathilde war das Kind, das sie sich immer gewünscht hatte. Doch das Glück war nicht von langer Dauer. Drei Wochen nach der Geburt starb Paula selbst im Alter von 31 Jahren an einer Embolie. Ihr Wunsch nach Vereinfachung und nach Plastizität der Formen und Farben zeigt sich vor allem in ihren Selbstbetnissen und in Porträts, bei denen sie Gesichtszüge stark abstrahiert und bis ins Maskenhafte steigert. Ihre künstlerische Entwicklung bringt sie zu einer sehr persönlichen Gestaltung. Sie wollte die Natur nicht kopieren, sondern das Wesen der Dinge und der Menschen, die sie malte, in großen, einfachen Formen zum Ausdruck bringen. Modersohn-Becker wendete sich von der impressionistischen Atmosphäre ab. Sie fasste Flächen zusammen. Die Künstlerin reduzierte die natürliche Erscheinung von Landschaft und Figur auf den formalen Kern und betonte dabei oft mit kräftigen Umrisslinien. Dabei verbannt sie Elemente des Expressionismus, Phobismus und Kubismus sowie Elemente der Kunst vergangener Epochen. Die Künstlerin Paula Modersohn-Becker war eine hingebungsvolle Frau, die ihr Wesen in die Bilder übertrug. Themen wie die Liebe zum einfachen Leben und zu den einfachen Menschen, ihre persönlichen Gefühle wie Liebe oder der Sehnsucht nach einem Kind, versuchte sie auszudrücken. Aus diesem Grund spielte auch Fruchtbarkeit und Mutterschaft häufig eine Rolle. Ihre Werke entfalten ihre Kraft durch die unsentimentale, groß angelegte, strenge und herbe Form, durch die gedämpften, tonig verhaltenen Farben und den schlichten Ausdruck des Motivs. Siehst du das dann auch alles selber in dem einen Bild? Ich sehe, dass sie sich definitiv vom Impressionismus wegkehrt oder abkehrt. Wenn man sich andere Werke von ihr anguckt, sieht man da auch eine Entwicklung und ich kann auch die expressionistischen Züge in ihrer Malerei nachvollziehen und sehe sie selber. Ich finde, es ist sehr auf den Kern gebracht. Aber was findest du dem Expressionistisch an dem Werk? Also welche Eigenschaften würdest du dem Werk zuordnen? Die schwarzen Umrisslinien sind expressionistisch, auch die Rückkehr zu einfachen Formen, zu einfachen farbgegebenen Formen. Der Körper besteht ja bis auf den Kopf eigentlich aus einer einzigen Form, die nur durch die Umrisslinien charakterisiert wird und stellenweise farbliche Hervorhebungen hat, wie die dunkleren Arme oder eben der Kopf. Die Darstellung der fehlenden Tiefe, das plangestaltete Innenleben oder der plangestaltete Innenraum, das ist für mich hier expressionistisch. Wie würdest du das Bild einordnen, da du jetzt weißt, das Bild entstand, kurz bevor sie nach Wobbswede zurückkehrte? Sie hatte sich vorher von Otto getrennt, per Brief. Ja, ich merke, es ist auch kein leichtes Bild, muss man dazu sagen. Also es sind ein paar Widersprüche drin, gerade wenn man die Bedeutung in der Pflanzen mit einbezieht. Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, also was die Modersohnbecker sich dabei gedacht hat, bei den Bedeutungen, weil die auch, das muss man dazu sagen, immer wieder variieren. Also mal wird das gesagt, mal wieder das. und wir können jetzt nur hoffen, dass Paula Modersohnbecker dieselben Bedeutungen ungefähr im Kopf hat, die wir jetzt zu diesen Blumen haben oder zu den Pflanzen. Und wenn wir jetzt bedenken, bei dem Eva-Blatt, wenn du sagst, so, dass die Gegensätze sich anziehen oder sowas, auch wenn Otto Modersohn kein Gegensatz war, glaube ich schon, dass sie innerlich sich zu ihnen hingezogen gefühlt hatte, aber die Trennung notwendig war für ihre eigene Weiterentwicklung. Und gerade in dem Blick, dass sie kurz danach wieder mit ihm zusammen kam, könnte das bedeuten, dass sie da, dass das dieses Blatt ist, wo sie offensichtlich zeigt, eigentlich gehöre ich schon zu ihm. und diese Gegensätze zwischen Karriere als Malerin sozusagen oder diese totale Hinwendung zur Kunst, wo er, die es bei ihr glaube er war, und gleichzeitig Mutter, Ehefrau und so weiter, das sind Gegensätze, die einfach nicht zusammenkommen konnten zu der Zeit vielleicht. Das ist ein gutes Stichwort. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen in der Literatur, dass Paula war schon glücklich in der Ehe, Otto aber wesentlich mehr. Beide haben wahnsinnig viel Tagebuch geführt und Paula ja von Anfang an von ihren Eltern eigentlich in eine andere Richtung gedrückt wurde. Künstlerin kann man Anfang des 20. Jahrhunderts einfach nicht sein und sich davon ernähren. Paula hat seit ihres Lebens, ich glaube, fünf Bilder verkauft. Ihre Eltern wollten, als sie das erste Mal aus Paris zurückkam, und noch nicht mit Otto verlobt war, wollten sie sie dazu drängen, Gouvernante zu werden oder ein Au-Pair-Jahr in Frankreich zu machen und dann verlobte sie sich und war dadurch finanziell abgesichert. Als sie ihn heiratete und sie Stiefmutter wurde und die damals typischen Aufgaben einer Ehefrau eigentlich bekam, ist dennoch dokumentiert, dass sie nachmittags von drei bis sieben Uhr in ihrem Atelier war und sich der Malerei widmete. Und auch als sie schwanger war, das war eine gute Sache für sie, aber sie beklagte sich darüber, dass sie im hochschwangeren Zustand nicht mehr so viele Stunden in ihrem Atelier verbringen konnte, weil es ihr körperlich so schwer fiel. Sie war in erster Linie Künstlerin, das hat sie versucht zu erreichen. Ja, es ist ja auch immer die eine Sache, was man will und was man macht. gerade wenn du sagst, sie war zwar als Stiefmutter immer wieder in ihrem Atelier und hat da unglaublich viel Zeit verbracht, aber trotzdem fühlte man sich vielleicht verpflichtet eigentlich innerlich für das Kind auch da zu sein, aber hat nun mal seine Leidenschaft mehr ausgelebt und so. Das sind immer wieder Kompromisse, die man da finden muss, aber mit denen man trotzdem nicht glücklich sein muss. Weißt du denn, was der Fingerhut oder die Glockenblume bedeuten? Also ich weiß nur von früheren Klassenfahrten, dass immer gewarnt wurde, fass den Fingerhut nicht an, er ist giftig und die Glockenblumen auch. Der rote Fingerhut auf jeden Fall ist, wie du schon sagtest, eine Giftpflanze, aber war gleichzeitig auch eine Heilpflanze bei Herzschwäche und die symbolisierte das bevorstehende Lebensende nach Theodor Fontane, der zur ähnlichen Zeit der Stechlin herausbrachte und heutzutage Paula Modersohn Becker wird immer ein bisschen negativ gedeutet, als sei sie jemand gewesen, der nicht wirklich Spaß und Freude am Leben hatte, weil es eben nicht so erfolgreich war, wie sie sich das ausgemalt hat, auch da sie schon in jungen Jahren einen Tagebucheintrag verfasst hatte, der auf ihr baldiges Ende anspielte und deswegen schrieb man diese Pflanze eben dem frühen Tod der Paula zu, die er auch im selben Jahr noch verstarb. Ja, finde ich krass irgendwie. Also ja, man kann pessimistisch eingestellt sein, aber vielleicht schreibt sie auch eher es nicht dem frühen Tod zu, diese Pflanze, sondern, also wäre jetzt so meine Interpretation, aber eher dem Tod ihres Künstler-Daseins, wenn sie wusste, dass sie wieder mit dem Otto zusammenkommt. Also dass sie einen Teil ihrer Person nur sozusagen wie abtötet, sozusagen. Das ist ein sehr guter Punkt. Den habe ich mich auch gefragt. Ich habe nämlich nur herausgefunden, dass Paula Mothersenbecker wirklich einige Nacktportraits gemalt hat, die auch sehr kontrovers diskutiert wurden zu jener Zeit, weil sie eine der ersten Künstlerinnen überhaupt war, die nackte Portraits von Frauen gemalt hatte. Also bis dato haben das hauptsächlich Männer getan. Die meinten sich besser mit den Körper von Frauen aus zu kennen. Mothersenbecker geht an dieser Stelle sogar weiter und malt scheinbar das erste Akt Selbstportrait. Ja, das habe ich auch. Auch eines, genau, das ist eigentlich das bekannteste von ihr mit dem Babybauch, was nochmal einmal extra Kritik hervorgerufen hat. Nicht nur nacktes Selbstportrait, sondern auch noch mit Babybauch. Naja, es war ja auch noch eine große Kritik an diesem Bild, weil dieser Babybauch noch gar nicht existierte zu der Zeit eigentlich. das ja nur ein Wunschportrait war sozusagen. Nacktheit bedeutet immer Natürlichkeit auch und gerade bei den Expressionisten und zu der Zeit hat man angefangen immer mehr so dieses Freie mit einzubinden, dieses Natürliche. Das hast du ja auch schon ein bisschen so erzählt. Und ja, ich denke, dieser Nacktzustand ist halt der natürliche Urzustand des Menschen. Nicht ohne Grund wird wahrscheinlich das Mädchen auch direkt direkt an der Stelle, wo es Richtung Vagina geht, die Hand drauf halten. Und das Mädchen hat jetzt auch noch keine großen Brüste oder irgendwas, was jetzt eindeutig ausmacht übrigens, dass es ein Mädchen ist, was ich auch sehr interessant finde, weil gerade das Gesicht ja wie eine Maske aussieht und eigentlich das auch ein Junge sein könnte, dem eine weibliche Maske aufgesetzt werden könnte. Aber das wäre zu krass, glaube ich, für diese Zeit. Ja, aber ich glaube, sie hat einfach ein nacktes Mädchen gemalt, weil das für sie so dieser Urzustand bedeutete und diese Verbundenheit zur Natur und gerade mit den Brumma rum, mit den Pflanzen und mit der Einbettung in dieses Wiesengeschehen sozusagen, sie einfach das Natürliche malen wollte. Also was würden Kleider dort ausmachen, so? Das ist die Frage. Dieses Maskenhafte würde ich eher bezeichnen, also oder eher im Zusammenhang sehen mit den Haaren zusammen, die ja so streng nach hinten gekämmt sind sozusagen. Das kennt man ja, oder zumindest ich kenne das eher so von den toten Masken aus der ägyptischen Kunst. Und wenn man das jetzt beides zusammen sieht, das Gesicht und die Haare nach hinten und dieser, den du als Haarkranz bezeichnet hast, ich würde fast was Kronhaftes drin sehen. in diesem Kranz, der vorne lang geht, ist das ja wie sowas Aufgesetztes von einer toten Maske. Und dann ist es noch mal viel besser mit den Blumen in Zusammenhang zu setzen, dass da jemand gerade stirbt eigentlich, dass sie da ein Ende setzt mit diesem Porträt fast. Also dass es fast auf sie zu beziehen ist. Ich glaube auch nicht, dass sie damit gerechnet hatte, bald an einer Embolie zu sterben oder irgendwie zu sterben an sich als Mensch, sondern dass sie da eher diesen Teil ihrer Person abtötet sozusagen. Steht es dann in direkten Zusammenhang mit dem kindlichen Körper? Ist es ein kindlicher Teil, den sie vielleicht abtötet? Wird sie jetzt erwachsen und vernünftiger? Auf jeden Fall, klar. Sie entscheidet sich ja dazu, ihre erste große Leidenschaft, die Kunst, vielleicht nicht aufzugeben, aber doch, sie an zweiter Stelle zu stellen, weil sie sich dazu entscheidet, dann an erster Stelle einen Mann zu setzen, mit dem sie ihr Leben dann verbringen möchte. Beziehungsweise auch, ich glaube, sie möchte ein eigenes Kind unbedingt haben. Es muss ja noch nicht mal unbedingt die Ehe sein, sondern das Kind. Es ist irgendwie, ich möchte fast sagen, pervers, dass ausgerechnet ein Kind dann auch noch dort sitzt, weil ja nicht das Kind stirbt, sondern ihr inneres Kind, ihr erster Traum stirbt. Wie würdest du dann die ganze Situation in der Interpretation verorten in diesem Innenraum mit dem Vorhang? Ich hätte es zum Beispiel viel verständlicher gefunden, wenn hinten Himmel wäre und das kein Innenraum wäre. Du willst jetzt was Tolles hören mit dem Vorhang und so weiter, oder? Der Vorteil, wenn man einen Vorhang dazu malt, ist natürlich, dass es, man zumindest die Illusion erwecken könnte, dass diese Situation oder die, ja, die Situation verdeckt werden könnte. man kann sie zuziehen, oder? Also klar, da könnte auch realistisch ein Vorhang gewesen sein und den könnte man auch deshalb drauf machen, aber man malt ja nicht einfach so noch was drauf, obwohl es zu sehen ist. Also Künstler wissen das. Dieser Vorhang muss also eine Bedeutung haben und das ist dieser rote Vorhang. Ich kenne das eher, dass es allgemein einfach ein Bildmotiv war bei den Niederländern und Flamen, ich glaube im 17. Jahrhundert, dass es auch darum ging, etwas zu öffnen und privilegierten Menschen Zutritt zu geben, um es dann später wieder zu schließen, dass das Vorhangmotiv natürlich auch so was wie zum Durchlugen hatte, heimlich hinter dem Vorhang durchschauen oder das hätte ich hier jetzt nämlich angenommen, dass man das auch interpretieren könnte, dass es was Gestelltes ist, etwas nicht Wahres, weil der Vorhang ja die Assoziation mit einer Bühne eröffnet und dass es hier ein Teil ist, der vielleicht gar nicht so wahr ist oder in Frage gestellt wird oder einfach nur Schauspiel ist. Ich glaube, also, na, es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall, aber in dem Fall haben wir festgestellt, dass es sehr viele Parallelen zu Paula Modersohnsbecker auch hinweist, dieses Bild und deshalb nicht, also, oder anders, deshalb schon etwas Reales an dem Bild ist und eigentlich passt der Vorhang in dem Zuge dahin, dass wir festgestellt haben, dass sie damit etwas abschließt und mit einem Vorhang schließt dann ja auch etwas ab. Also, die meisten Menschen kennen das aus dem Kino, Theater, wie auch immer, der Vorhang öffnet sich und, also, ist ja auch dieser rote Vorhang immer, ja, und wenn der Vorhang zusammengezogen ist, dann schließt er sich und wir schließen auch dann mit dem Film ab und, ja, und wenn sich dort dann dieser rote Vorhang schließt, denke ich, schließt sie auch mit dieser, mit ihrem Künstlerleben ab vielleicht. Paula Modersohn-Becker erarbeitete selbstbewusst und zielstrebig eine neue Bildsprache. Sie verfolgte beharrlich ihre Ziele in der fast ausnahmslosen, männlich dominierten Kunstwelt. Innerhalb weniger Jahre entstand ihr Oeuvre, das sie als Vorläuferin des Expressionismus aufweist. Rund 90 Gemälde entstanden zwischen 1906 und ihrem Tod 1907, die zu den besten und intensivsten ihrer Schaffensperiode gehören. Darunter auch das hier thematisierte Werk Mädchenakt mit Blumenvasen. Habt ihr nach dieser Folge Lust auf mehr Kunst und Geschichte bekommen, Kritik anzumerken, eigene Ansätze im Zusammenhang der Werkinterpretation, Fragen zu unseren Quellen oder speziellen Fachbegriffen? Dann schreibt uns gerne oder hinterlasst Kommentare bei Instagram. Da sind wir unter Zwischenpigmenten zu finden oder hört uns einfach weiter zu. Bis zum nächsten Mal.